Anlässlich des Nordheimer Schützenfestes hatten sich die Mitgliedsvereine der Bürgerschützengesellschaft Nordheim und weitere Schützenvereine aus dem Stadtgebiet am Sonntag auf dem Münsterplatz versammelt. Vizebürgermeister Wolfgang Händel lobte das Engagement der Bürgerschützen für das gelungene Schützenfest und gratulierte allen Siegern wie beispielsweise der Richenzer Heike Kiesel und Bestian Michael Wolf. Bevor der Festumzug startete, proklamierte BSG-Chef Hans-Bernhard Heinold den Stadtkönig, die Stadtkönigin und zum ersten Mal die Bürgerkönige, um die nicht Schützenvereinsmitglieder ringen konnten. Mit Musik der Pipes and Drums aus Transfeld, des Spielmannzuges im Jägerchor Nordheim, der Musikfreunde Edesheim-Hohenstedt-Nordheim und dem Spielmannzug Norden-Hardenberg zogen die Schützenvereine durch die Innenstadt. Hunderte Schaulustige jubelten den Schützen zu. Einige Zuschauerinnen stammten auf die Umzugsteilnehmer zu, um Blumen zu überreichen. Viele Gäste begleiteten die Schützen zum Festplatz, wo die Musikkapellen ein Platzkonzert gaben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017